Liebe YouTube-Freunde, voll im Vorbereitungsstress. Es ist jetzt 3 Uhr, halb vier, kommen die 150 Gäste, die da an unserer Bühne bewirtet werden. Muss alles raufgeschleppt werden. Käseplatte, Fleischplatte, Getränke, Teller, Gläser, Bühne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Tschüss. Das Gruppenfoto der Hochzeitsgesellschaft. Die Fotografin will auf die Leiter rauf. Und ich muss dich halten. Also, auf drei, he? Also. Auf drei, he? Eins, zwei, drei! Juhu! Juhu! Hey! Wie hat man das? Ja, okay! Seht ihr mich? Darfst du schon mal etwas Gutes? Hier, neben dir! Genau! Ein bisschen rüber! Super! Also! Merk! Ja, genau! Jetzt sehen wir sie! Gut! Du musst fragen! Nein! Nase! Wann ich muss das Bild? Das ist ein Profi! Nein! Nein!